Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Ich habe jetzt gerade seinen Namen vergessen, es tut mir echt leid Der Paul Jirisch, genau, danke Einen schönen guten Nachmittag Mein Name ist Paul Jirisch und ich bin tatsächlich Bestatter Ich habe eine eigene Firma, ich bin Gewerbetreibender Ich bin in der Wirtschaft aktiv Ich habe mir jetzt gerade umgeschaut, ich sehe überhaupt niemand mit einem Aluhut da stehen Ich weiß nicht, was das heißt Ich muss euch eine erschütternde Mitteilung machen Ich werde sterben Ihr werdet alle sterben Keiner von uns ist unsterblich Und keiner von uns weiß, ob das morgen ist oder in 100 Jahren Ich will euch keine Zahlen vorbeten, die kennt es alle selber schon Ihr habt alle das Wissenschaftliche selber gelesen Im Internet kann das jeder nachlesen Wer in der Volksschule war, das waren die meisten von uns, glaube ich Und dort lesen gelernt hat, kann das lesen Tut es und vergesst es nicht Ich bin Bestatter Eine meiner Aufgaben ist Parentator Der Parentator ist der Nachrufssprecher Der Erinnerer Der Erinnerer Das Gedächtnis Und so wie das derzeit bei uns ausschaut Mit dieser Gleichschaltung der Medien Mit einer absurden Machtfülle der Regierenden Ist das nur mehr mit den 30er Jahren des vergangenen Jahrhunderts zu vergleichen Und wir müssen froh sein, wenn morgen nicht wieder irgendwelche Parteiabzeichen eingeführt werden oder Stoffe ob näher Ich empfehle immer gelbe Sterne, weil das hat sich auch nicht bewährt Vergesst es nicht Wenn doch Holski 1930 schon das geschrieben hat Und wenn Kästner in den 50er Jahren wieder dazu aufruft Nicht die Gruppen, sondern jeder einzelne von uns Als Mensch vorzugehen, aufzupassen und wachsam zu sein Dann sollten wir das auch sein Ich erinnere gerne Das ist eine meiner Aufgaben Lest Blick in ferne Zukunft Kurt Tucholsky am 28. Oktober 1930 In der Weltbühne von Carlos Jetzke erschienen Und Erich Kästner die Neuhausansprache Die muss ungefähr 1950 erschienen sein Wenn man das liest, läuft es dann kalt den Rücken runter Und dann denkst du, 90 Jahre sind vergangen Und es ist nichts passiert Absolut nichts Wir stehen heute dort, wo wir vor 100 Jahren gestanden sind Ja Und Angst habe ich auch Das sage ich auch Weil ich merke jeden Tag, wie die Gräben tiefer werden Wo die einen Angst um ihre Freiheit haben Und die anderen Angst um ihr Leben Wir müssen schauen, dass wir diese Gräben wieder zuschütten Wir sitzen auf einem Pulverfass und die Regierung zündelt Wenn das so weitergeht Haben wir auch einen Bürgerkrieg wie 1934 Nein, es wird noch nicht geschossen auf der Straße Zum Glück noch nicht Aber es steht vor der Tür Ich bin deshalb durchs Fenster heute rausgekriegt Bleibt es Menschen Bleibt es berant Das ist das Wichtige Wir stehen hier eng beisammen Ja, und? Ja, der Virus Mein Gott, ja Bei einer Gruppe in der Größe, die wir da sind Muss ich sogar die erschütternde Mitteilung machen Dass wahrscheinlich bis Weihnachten tatsächlich anders stirbt Statistik Na ja, da erinnert mich gerade Bitte denkt daran Wir haben zum Glück Ganz super ist der Virus Wir haben zum Glück Ganz super ist der Virus Noch rennt die Republik Ganz super ist der Virus Habt ihr in Erinnerung, was der Verfassungsgerichtshof in letzter Zeit von sich gegeben hat Und das Strafgericht Erinnert euch daran Elf Jahre Hat der krasser Prozess gedauert Es ist daneben nur ein Zimmer frei, möchte ich sagen Lassen wir uns Zeit Die arbeiten schon dran Auf der anderen Seite haben sie jetzt die Sterbehilfe freigegeben Ich stehe gerne mit Rat und Tat zur Verfügung Ich werde fragen Das ist nicht so, ich bin da nicht so Ja, ja, ich habe jahrelang in Pflegeheimen gearbeitet Also ich kenne mich schon aus Ich habe auch einen Ingenieursgrad in Chemie Ich bin schon ein bisschen Ein bisschen was habe ich schon gelernt im Laufe des Lebens Ich sehe unseren lieben Bundeskanzler in einer Reihe mit den großen Vorbildern der österreichischen Politiker Schober, Johann Schober zum Beispiel Tollfuß und Schuschnigg Und man hört so viel das Fiegel-Zitat Österreich ist frei Ich möchte daher hier ein anderes Zitat bringen Nämlich von Schuschnigg Gott schütze Österreich Und zur Erinnerung Bei den Olympischen Spielen 1968 in Mexico City Hat der Sieger im 200 Meter Lauf Einen schwarzen Handschuh getragen Und zu Faust geballt Als er wurde als politische Gäste interpretiert Für die Black Panther Bewegung damals Da wurde ihm sein Olympiasieg aberkannt Und erst Was zu mir nachrechnen Ich glaube 40 oder 50 Jahre später Ist er rehabilitiert worden Der hat auch alles riskiert Für einen Nominellen Ideellen Widerstand Das ist jetzt wirklich Eine lächerliche Geste Wo heute keiner mehr irgendwas sagt Das ist der Grund Warum ich heute In einer schwarzen Handschuh Hauen habe Zu mir erinnern Ich danke euch Dass ihr alle da seid Und es ist gut Dass ihr euch gegenseitig Dass ihr seht Ihr seid nicht allein Man muss sich auch Gegenseitig unterstützen Und stärken Und mitdenken Und zusammenhalten Danke Also vielen lieben Dank Ich glaube Dass es auch nicht alle sagen können Dass es geschafft hat Einen Bestatter auf die Bühne zu holen Aber wirklich ein interessanter Mann Und ich glaube Dass die Ansicht einfach mal interessant ist Und wer soll besser wissen Was wirklich Tote gibt Als einen Bestatter Jetzt sagt er uns nur was Ich bin gespannt Weil er das so sagt Ich weiß Wie Totenbeschauscheine entstehen Und wenn das heißt Er ist an Corona gesturmen Und ich schaue mir die Krankengeschichte an Und dann hat er jahrzehntelang Zuckerkrankheit Jahrzehntelang Schwere Herz-Kreislauf-Erkrankung Jahrzehntelanges Krebsleiden Dann war der bei einem lauen Lüfterl Auch umgefallen So sieht's aus Und dann hat er jetzt auch schon mal Bis zum nächsten Mal Dann war der bei einem Lüfterl Und dann war der bei einem Lüfterl Und dann war der bei einem Lüfterl Und dann war der bei einem Lüfterl